Komm mal binnen! Also an jullie, unsere Trucke. Ja, obvio! Dames und Herren, wir stellen Ihnen vor die dramatische Lieblingsprobe von Romeo. Sie gebracht durch Sabach. Sie gebracht durch die dramatische Lieblingsprobe von Röntgen und Röntgen und Röntgen. Sie machen Sie mit Faris. Nein, ich will nicht. Aber es ist Ihr Verlof. Oh, Kasper, ich gehe von Ihnen. Ah, nein! Das wird nicht wahr sein. Kasper ist meine Sohn. Das ist Ihr Verlof. Ihren Zitter! Ich glaube für Mann und Frau. Bravo! Was habe ich Ihnen gesagt? Als ich Sie noch einmal mit meinem Zohn ziehe, dann stür ich ein Draak auf Sie auf. Liefde reicht weiter als Macht. Liefde ist breekbar, aber sie breekt die Macht von den Kwaad. Julia ist dood! Julia, meine lieve dochter! Warum? 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 Ich bin der, und lasse Tränen strömen. Ich bin der. Ich bin der. Ich bin der. Ich bin der. Er ist ein Fleschen, das seine dunkere Zukunft soll bepalen und dringt es leer. Er sterft um wieder zusammen zu sein. Herr Romeo, denken Sie in unsere Gebäden. Drama ist noch nicht ausgelaufen. Zulst du gut für ihn sorgen? Ja. Ok, es ist gut. Ze mag den Namen. Der beste Publikum, wir sind auf den Feest gekommen. Applaus Der beste Publikum, wir sind auf den Feest gekommen. Der beste Publikum, wir sind auf den Feest gekommen. Der beste Publikum, wir sind auf den Feest gekommen.